Ja, ich muss mal was mit dir besprechen. Ein Wackel? Ja. Einmal finde ich noch leckern das letzte Wochenende. Die Nacht von Freitag auf Samstag war okay, ne? Ja. Aber Samstag auf Sonntag, das geht nicht. Was geht nicht? Naja, ich wollte ja einschlafen um 5, auf einmal schubst du mich raus. Wollt ihr mich um die Decke weg. Ja? Ja, das war nur ein Spaß. Ja, nur ein Spaß. Ich muss ja ausgeschlafen sein. So, und was war das, wenn ich an die Wand gepresst werde? Welcher Kuchen? Ja, das ist egal. Das ist nicht egal. Ja, natürlich. Verarsch jetzt mal. Ja. Jol. WG? Was geht? Was soll denn gehen, ne? Müll, dann hol mal die Milch bitte. Die Milch haben wir ja nicht gut, ne? Wollte aber noch Sackfacken, ne? Ja. Ja, das haben wir jetzt. Einmal mal löffeln. Was kann man denn jetzt essen? Ja, ich würde mal eine Toastischbrücke mit dem Teller. Ja. 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 Ja, das ist klar. Du kannst nur 80 Minuten ausnehmen, 80 Minuten Weihnachtszeit und du hast vier Kassetten. Die sind ja etwas erstimmend. Ja, das sind drei Stunden. Ja, und vier Kassetten hast du keine Veröffentlichung aufgenommen. Ja. Du kannst den beiden ganzen Tag aufnehmen. Aber wir sind ja hier um was zu gehen. So, was wurde gestern gesprungen? Was hast du denn, was sind die Themen heute? Heute ist mein Abend, hast du wie ich? Ja. Bist du gescheuert? Ja. Ach, nochmal ein Tipp von Samstag auf Samstag. Also Freitag, Samstag hab ich gut geschlafen, aber Samstag auf Samstag kann man auch nicht. Das war einfach los. Erstmal ist mir die Decke weg und dennoch schmeiß ich mich aufs Bett. Das soll nicht scheiße. Ausstieg, jetzt ist sie mich ausgekriegt. Geschäuert. Müssen wir alles aufrichten. Scheiße. Alles zum Frühmorgens mit dir. Oder wir.......... ... ... Drei, zwei. So, ehm... ... ... Jetzt guckst du da auch auf, dass du nicht so gut bist. Diese Nacht möchte ich bitte ordentlich haben. Nicht, dass es nochmal so ist, ja? Ich mach das nochmal aus dem Bett. Das kannst du vergessen. Ich dachte, weil... Ja. Ich möchte gerne hin, da kannst du schon die Wand gesessen haben. Das ist so. Spitzig, Mann. So, machst du... du hast das schon wieder gemacht. Ja. Ja, so. Hast du das? Ja. Den kannst du den Kakao machen, bitte. Ja. Ja, okay, bitte. Okay. Du machst die Klappe, wo wir die klauen, ja? Du machst die Klappe, das ist ein neuer. Ja, ich komm doch ein neuer, ich bin zerstört. Ich bin nicht nur die Spitz. Wow, schon wieder nicht zu befreit. Dann werden wir das Ding auch zusammenfällt. Dann haben wir den Salat. Ja. Ju 40し einen Geist và Office drinnen. Du machst die Hände gegen die Hände'm Scriptures für den Kaku einen when destin upp. Achien, PT. Hab egren rappelle. Also geht eine Hände hoch. å. Man hat selbst hier im Kopf wenn ich nicht Orange habe. Und das halt erwartet. Und dann die Con Zベ..... Vielen Dank.